Wer ist den Tieren und der Natur? Wer kommt den Gaunen auf die Spur? Wer kämpft mit List und mit Fantasie? Wer zwingt Zerstörer in die Knie? Ja, wer? Ja, wer? Wer lebt, wo er gebraucht wird? Wem siehst du überall? Der kleine Wächter heißt Widget Kommt aus dem Welten aus Widget, Widget Der kleine Wächter heißt Widget Widget, Widget Erzähl doch mal Megahirn und ich mussten einem Wächter aus der Vergangenheit dabei helfen seinen lang vergessenen Auftrag auszuführen Es war schon eine merkwürdige Welt, in der wir da gelandet waren Fuhhunde, sagenumwobene Schneemenschen sogar Kriege aus dem alten Tibet begegneten wir Aber Zodi der Wächter war wirklich die größte Überraschung Kommt doch einfach mit, denn jetzt geht's los Und jetzt geht's los Nate Ja! Haha! Hahaha Ja! 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 ake